Ausbaulösungen mit Fermazell-Gipsfaserplatten bieten viele Möglichkeiten. Ob es sich um Objektbau oder Wohnungsbau handelt, Neubau oder Renovierung, Fermazell-Gipsfaserplatten lassen sich überall einfach verwenden. Konstruktionen mit Fermazell sind schalldämmend, feuerhemmend und durch die homogene Plattenstruktur vor allem extrem belastbar. Durch die einzigartigen Eigenschaften der Fermazell-Gipsfaserplatte ist eine einfache Bekleidung oft schon ausreichend, um alle Anforderungen zu erfüllen. Das bedeutet eine große Ersparnis an Arbeitszeit und damit eine beträchtliche Kostenersparnis. Außerdem ist nur die Hälfte an internem Transport nötig und es gibt später viel weniger Bauabfall. Dass eine Fermazell-Wand schnell und einfach zu montieren ist, zeigen wir Ihnen mit dem folgenden Beispiel. Bei der Montage verwenden wir normales, einfaches Werkzeug. Fermazell liefert ein komplettes Angebot an Zubehör. Beim Ausmessen wird vorzugsweise ein Rotationslaser verwendet. Kleinere Einzelteile werden auch mit einem Lot oder einer Wasserwaage ausgerichtet. Kleben Sie selbstklebendes Schaumstoffband auf die Profile. So werden die obligatorischen Anforderungen an Lärm und Brandschutz erfüllt. Bei Platten von 12,5 mm beträgt der Abstand von Mitte zu Mitte der C-Profile 625 mm. Achten Sie darauf, dass alle Profile in dieselbe Richtung weisen. Die Profile werden um etwa 15 mm kürzer eingebaut als die Etagenhöhe, um Verformungen des Rohbaus auffangen zu können. Sie werden nicht fixiert. Bei Doppelständerkonstruktionen kann es bei hohen Wänden notwendig sein, die Profile mit Plattenstreifen untereinander zu befestigen. So ist eine stabile Wand garantiert. Bei Türrahmen werden verstärkte U-Profile eingesetzt. Die Unterkonstruktion ist fertig. Bevor man mit der Montage der Fermazellplatten beginnt, muss der Raum wind- und regendicht sein. Das heißt, dass die Luftfeuchtigkeit weniger als 80% beträgt und dass die Raumtemperatur über 5 Grad Celsius liegt. Putzzement und anhydrite Striche müssen vorher eingebaut und völlig trocken sein. Sorgen Sie dafür, dass die Fermazellplatten vertikal transportiert werden. Neben der Standardbreite von 1250 mm gibt es auch Fermazellplatten mit einer Breite von 625 mm. Die schlanke Platte. Sie kann von einer Person transportiert und montiert werden. Die Fermazell-schlanke Platte ist ideal für Renovierungen in kleinen Räumen. Jetzt werden die Platten montiert. Bei diesem Beispiel verwenden wir Fermazellplatten mit Trockenbaukante. Die erste Platte wird mit Fermazell-Schnellbauschrauben befestigt. Wir beginnen an der offenen Kante des C-Profils, um keine Versätze zu bekommen. Sorgen Sie für eine spannungsfreie Montage und halten Sie einen Schraubenabstand von 25 cm ein. Die Platten können mit dem Fermazellplattenreißer geritzt werden, um passende Stücke zu realisieren. Es kann auch eine Handkreissäge mit Absaugung verwendet werden. Eine Seite der Wand ist jetzt fertig und die Installationsarbeiten können stattfinden. Je nach den gewünschten Leistungen wird die Dämmung eingebaut. Jetzt kommt die andere Seite der Wand an die Reihe. Fugen zwischen den Platten müssen sich an beiden Seiten der Wand auf demselben Profil befinden. Bei einer doppelten Beplankung muss die erste Lage nicht verspachtelt werden und die Platten werden auf Stoß montiert. Bei der ersten Lage genügt ein Schraubabstand von 400 mm, bei der zweiten Schicht sind es 250 mm. Die zweite Lage kann außer zu Schrauben auch geklammert werden. Halten Sie hierbei einen vertikalen Klammerabstand von 150 mm ein. Der horizontale Klammerabstand beträgt 400 mm. Jetzt können die Fugen verspachtelt werden. Bringen Sie zuerst Ferma-Zell-Armierungsband in der Fuge an. Bereiten Sie den Ferma-Zell-Fugenspachtel zu. Lassen Sie die Masse 5 Minuten sumpfen, bevor Sie ihn durchrühren. Bringen Sie den Ferma-Zell-Fugenspachtel in minimal 2 Arbeitsgängen an. Anstelle einer Unterkonstruktion aus Metall kann man auch eine Unterkonstruktion aus Holz verwenden. Der Vorteil von Ferma-Zell bei einer Unterkonstruktion aus Holz ist, dass die Platten direkt darauf geklammert werden können. Die Platten bei Fensterrahmen und Türöffnungen müssen ausgeklingt werden. Sorgen Sie bei horizontalen Fugen für einen minimalen Fugenversatz von 200 mm. Kreuzfugen sind zu vermeiden. Bei einer notwendigen horizontalen Fuge kann die Klebefugentechnik verwendet werden. Beim Anschließen von Ferma-Zell an andere Wände ist eine Fuge von minimal 5 mm notwendig. Sie wird mit Ferma-Zell-Fugenspachtel oder Acryl gefüllt. Wenn die Wand länger ist als 8 Meter, muss eine Dehnungsfuge angebracht werden. Außer der Ferma-Zell-Trockenbaukante kann auch die Klebefuge verwendet werden. Bei der Klebefugentechnik werden Ferma-Zell-Gipsfaserplatten mit gerader Kante auf Stoß miteinander verklebt. Bei der Spachtelfugentechnik werden die Gipsfaserplatten im Abstand halbe Plattendicke voneinander montiert und danach mit Ferma-Zell-Fugenspachtel verspachtelt. Für die höchste Oberflächenqualität wird die Wand erst mit Ferma-Zell-Feinspachtel bearbeitet. Danach kann die Wand zum Beispiel gestrichen werden. Bei der Verwendung von Ferma-Zell in Badezimmern muss im Spritzwasserbereich eine Abdichtung stattfinden, zum Beispiel mit dem Ferma-Zell-Abdichtungssystem. Bei Innenecken und Wandfußbodenanschlüssen muss ein Dichtband angebracht werden.